Also, zur kurzen Bestandsaufnahme, kurz nach 13 Uhr ist es, seit über einer Stunde sitze ich hier an meinem Arbeitsplatz in der Musikredaktion bei Ö3 und beantworte Freundschaftsanfragen. Toi, 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 meine Finger sind schon nahe dem Krampf, aber es geht noch, es geht noch. Die 10.000 schaffen bis heute Abend. Kurz zur Bestandsaufnahme, es sind momentan jetzt noch 861 Freundschaftsanfragen ausständig und knappe 3.000 beantwortet und ich muss da hier einfach nur bestätigen, 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 wobei das geht, so oft wie Freundschaftsanfragen nachkommen, ist eigentlich schwer zu beantworten, aber das schaffen wir, das schaffen wir. Ihr schaut da hier in meinem Outlook, es kommen auch ständig neue Nachrichten rein, also wir geben Gas, wir geben Gas, das schaffen wir. Und ganz wichtig, wenn wir das heute zusammenbringen, bis 22 Uhr 10.000 Freundschaftsanfragen tatsächlich auf meinem Facebook-Profil zusammenzubekommen, dann hat uns der Bertl Kratke, sprich Robert Kratke versprochen, das landet morgen im Bäcker, weil es eine coole Aktion ist. Und ja, ich hoffe, wir schaffen es mit Respekt, meine lieben Trepppunkte-3-Hörer. Und danke noch einmal.